Wir versuchen auf die Zusammenhänge und auf die Probleme aufmerksam zu machen. Erziehungsmethoden mit schlimmen Kindern hat man nichts zu tun. Wachsame Mütter haben immer darauf geschaut, dass ihre ordnungsgemäß erzogenen Kinder nicht mit schlimmen Kindern spielen. Und genau das ist auch ein bisschen unser Problem. Mit uns will eigentlich keiner spielen. Obwohl wir so schlimm gar nicht sind. Und jetzt ist es schon ein wesentliches Ziel dieser Kampagne, zu zeigen, welchen Nutzen, welche Vorteile jeder Einzelne vom LKW-Verkehr hat. Wir wissen die ganze Problematik. Wir wissen die Geschichte mit der Verkehrssicherheit, mit den Unfällen, mit den Überholverboten. Wir kennen das alles sehr genau und wir stehen auch zu diesen Dingen und wir sprechen sie auch öffentlich immer aus. Aber man muss gleichzeitig aber sagen, Freunde, Moment, die Schokolade, die wäre nicht hier, wenn es nicht das und das gäbe. Und genau das soll es sein.